hallo und in den kompletten wieder zurück zu einer weiteren folge mit vorderlands dem gute michael und dem gute lasse dabei ja da kommen wir wahrscheinlich drum ja die mission werden auch immer weniger jetzt ja dauerlich ja das ist ganz schlimm sehr schrecklich ganz schlimm ja wir müssen leider aus rumlaufen zu einem punkt hin dass es nervend es ist nur ein dingster der der punkt ist unten wo du hinleist ist ein übergang also wieder zurückkommen werden ich gucke trotzdem mal da kannst du ja irgendwo schon wieder im schiff der mark hat da mit dir alles nach mir auch immer so da verstehe ich nie wie kommt der dahin ja vor allem du machst den weg dann machst du die kalte wieder auf und schon wieder ist irgendwo im wagen und denkst du so wie woher wer hat das gemacht schwere böses der böse sklaventreiber ja ich habe das nicht gesagt ich habe nur gesagt und nötigst und nicht dass du ein das tabern will die männer naja da das mit Kacke die Sitzende blubberspinnen ja oder das ist wieder leckern anlieglich annehmen die beiden die anspringen ja nicht hallo Checkt ihr's? Also, ich komm der Sache schon näher. Ob ich dran bin, weiß ich nicht. Ah, bestimmt. Wir machen jetzt schon die Quests für dich mit... Keine Sorge. Das ist aber so wenig schön. Hast du vielleicht ein Schild verkauft? Hast du es sehen? Nein. Ich hab so viel Leben dazu bekommen, dass ich nicht gemerkt habe, dass ich Schilden verlor... Mein Schild ist gar... Aua. Nicht, nicht. Liebe, Liebe. Lieber Sandsmann, lieber Sandsmann. Sandsmann? Welcher Sandsmann? Die werden auch nicht weniger, ey. Die haben eine Riesenfamilie, hab ich so viel. Ich will doch schon gerade diese Riesenfamilie aus. Ich meine, ist okay. So, ich bin jetzt da. Da ist jetzt das Vieh wohl drauf. Und der ist nicht so groß. Ja, in der Bremse. Lässt uns die kleinen Fische machen, ja. Dieseубler... Ich hab dir gesagt, nicht so hinaus, aber nee. Das ist ja schon klar. Aber wir haben trotzdem... Es ist ja klar, ich meine... Ich bin dabei nicht, ich komme so schnell, ich kann. Nein. Demon wird sterben. Demon wird sterben. Nein, wir werden sterben. Oh Gott, ich hänge mit dem Flieger fest. Ich will mit dem Flieger fest. Nr. Ich will mit dem Flieger fest. Ich will mit dem Flieger fest. Wir sind Flieger. Enttäuschend, klasse, enttäuschend. Ja, ist da ein Kaputt? Ja, ein, weiß ich nicht. Scheinbar ja, jetzt bin ich. Oh, voll. Viel zu einfacher, der hält dir nichts aus. Naja, ich sehe nichts, ich schieße einfach kurz und wir hoffen, dass es funktioniert. Der Problem ist, du musst, wenn er den Hintern wieder kommt. Ja, weil ich habe ja nur, ich kriege hier nur der Punkt gezeigt, also der Kopf. Der Kopf. Und wenn du bei denen in den Kopf schießt, das macht er nix. Genau, das war auch gerade mein Problem. So, jetzt bin ich für am Arsch der Welt und darf wieder zu, wo ich fahre. Schön. Ah, ich mach das schon für uns. Ach, scheiße. Mach das schon für uns. Okay, ich lasse mich alleine. Ah, okay, sie kommt auch irgendwie zu. Cool, ich kann nicht schießen. Du spielst, das ist geil, du spielst. Das ist richtig gerade abgepackt. Nicht, 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 nicht. Aua, 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 aua. Ach komm, ja. Jetzt brauchst du kleines Spiel. Aber die Frage ist, wie komme ich jetzt da hin und zu euch hin? Muss ich den ganzen Weg jetzt nochmal laufen, oder was? Ja. Aber ist ja egal, wir sind ja eh fertig. Ja, okay, hast du gepackt. Ja, wir müssen noch ein paar, also hier sind noch ein paar kleine Krabbelfiecher. Äh, Fischercoast, das ist nix. Die gerade in die Luft laufen und hochfliegen. Dieses Fliecher nach oben. Michael. Guck mal nach oben. Cool, der kann ja fliegen. Wow. Tschüss. Was ist denn ein Cheater? Komm runter. Ich lache, komm runter. Hallo. Kauer. Was ist denn da? Weg mit dir. Hä? Soll ich jetzt hier oben mache? Lass es, ich muss da aufs Rohr drauf. Ich muss aufs Rohr. Noch einer fliegt hoch. Hehehehe. Schön machst du das. Ich mach nichts. Ich sitze von alleine. Die laufen in der Bestimmtenstelle hoch und dann fliegen die hoch. Versuch's mal mit den Riesen. Vielleicht fliegen die auch hoch. Das ist ja eine Riese. Ist halt da oben. Alter, mir geht so langsam die Munition aus. Bei mir nicht. Ich hab noch genug mit dir. Ja, klasse. Du kommst, du kommst zu essen. Aber der kann nicht nachmachen. Aber der kann nicht nachmachen. Verschwäckter. Ja, wir haben es mal gestanden. Ja, wir haben es mal gestanden. Ey, die sind hier hochgelaufen, mach ich mal nach dir hoch. Da sind sie hochgelaufen. Dann sind sie hochgelaufen. Beide sind von dem Großart enzender. wo ist es? Alter, die werden hier nicht weniger, da sind die Fassbücher Nee, die respawner gar nicht Hamas, komm einer Da will doch mal, der hat noch nichts Na, komm her Habst du das Gefühl, dass die ein Problem hat? Ja, ne, ich bin jetzt gerade in ein Nest reingelaufen, war bis zu viel Das war etwas viele Ich hab nie wie viel Munition, das ist, was mich am meisten aufgeht Da oben muss ich drauf irgendwie Wie komm ich da drauf? Ich muss auf dem Ruhr laufen Und da hin, ne? Ich muss nachleiten Die Frage ist, wie komme ich jetzt da hoch, dass ich auf das Ruhr komme? Außen rumlaufen Boah, da muss ich echt jetzt ganz aus rumberdackele Jep Oh, lecker, Mio Das ist diese Clap-Trap-Dinger, du siehst das Ding schon vor deinen Augen Du musst aber einmal außen rumlaufen durch so ein Ding durchkämpfen Dann kannst du das von oben wieder unterspringen Genau Bei jedem Clap-Trap so Mhm Ja, aber wir brauchen zu viel die Taschengröße, wie wir schon so schön gesagt haben Also, bräuchte ich die Tüten, wie wir es jetzt eigentlich nicht Gibt ja XP, gell in Erfahrung, ne? Jo Ja, das ist, glaub ich, der interessantere Punkt Die kaputt Ja, wenn die so ein bisschen Munition noch gerät Freischuss, äh, Scharfschützern schon ein bisschen Ja, doch geht, aber Ja, nicht wieder runterfallen Ich guck dann, dass ich, ähm, oh, den haben wir noch mitgenommen Ich guck dann, dass ich auf das Irgendwie auf das Rohr drauf komme Bin schon Warte, wie bist du? Ah, bist du schon aus rumgelaufen, oder was? Ja, ich bin ja schnell, ich bin ja schnell, ich bin ja schnell Stimmt Und hält die Maus, und hält die Maus weg, und hält die Maus weg, ne? Bring mir noch ein Opfer Ja Kommt so hin Ja, das könnte, no, ne? Schnellste Maus hier von Mexiko Stopp, geh abgeben Ja, jetzt muss ich nur noch zurücklaufen Na, ich geb hier schon ab So, Tasche Äh, Sirene habe ich noch was, und was für der Soldat Hab gleich nachgeguckt, wofür gefunden gerade Juhu, ganz viel Scheiße Oh, die Kapazität Ich hab Handa, hab ich was Ja, Handa haben wir ja alle leider nicht Äh, jetzt haben wir Sirene Team Shield Capacity Genau, genau das Genau, genau das Hm Artifacts Improved also Roland Improves Go up your turret skills Add shock damage So, sobald ich jetzt ein bisschen in Ruhe durchstehe Äh Was? Jetzt müssen wir ganz nach oben, eieee So, Sushi nächste Quest aus Das nächste Puzzleteil Hauptstory Toll Wir kommen näh Toll Meine Wahl ist gerade, Eber Ach geil, jetzt sind wir der Teil der Jusper Entschuldigung, weißt du Ja Wo du machen kannst, oder wo du nicht machen kannst Habe ich jetzt, ein bisschen schwingt Nee, kann ich nicht Äh, also die Ja, warum hast du das nett? Jaaaa Äh, 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 äh Ich, äh, 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 äh Ich muss mal gerne springen, ich bin gleich wieder statt Ich bin bei einer Katze Das probleme Wie du was? was nein doch nein doch die mussten wir jetzt hin nein muss ich nicht sein mussten der einzige marke den ich hatte egal wie noch mehr nach ganz nach oben lustig hat wirst du ganz nach oben ganz nach oben also müssen jetzt hier links dann gar nicht nach oben lassen sich ja schon vorher ist das schön da kann ich schon mal verkaufe mich moral für alle dinge heile ich brauche nicht vorläuflich kann ich persönlich annehmen ja sie müssen mitkommen ja klar das ist ja nicht das problem was sie denn schon so genau wollte es jetzt nicht wissen ich bin bei 260 meter noch wir sind ja so viele toten das sieht doch nicht mehr aus ich glaube das sind stinkt hier mich hier die möglichkeit mit hier du die größe passt nicht ganz ja viel spaß viel spaß beim überleben rex sind doch diese vier die fliegen so fliegt er nicht er ist ein bisschen zu groß und zu schwer okay er spuckt aber rex aus ich denke mal das ist die mutter ja aber wie kann eine viel von einem egal was kann ich guck dass es so schnell wie möglich bei der bin aber das wird im moment noch ein bisschen dauern nämlich machen die gerne fertig ob ich die munition mitnehmen weil ich brauche ok das macht viel schaden naja klar macht es viel schade ich bin fast da wo mussten dahinten schießen kann man da was bringt nein ja ich bin die fress auge und hoch springen nach dem boden stand für das mal fünf schaden nicht drehen hallo der guckt halt mich jetzt auch ja warum denn weil ich nur mit dem raketebärbe gearbeitet oh ne jetzt kommt schon wieder wo sind sie ja da sind sie grün unter den ohren die explodieren ich hab das schon kann mir direkt oh ein auge ist schon kaputt ich hab das auge bei mir auf die seite kaputt die können kaputt gehen ja guck doch drauf die sehen alle gleich aus bei mir bei mir auch deswegen ich weiß nicht was die mit labert aber also bei mir ist die jetzt augen kaputt gegangen da ist nur ein auge ein du 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 wie du 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 das ist ja du 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 verzieht die gleiche du blockierst die kisten ich muss sagen das war ein sehr harter boss fight ich schütze immer noch ich habe es gemerkt geht so einfach man hat einfach immer auf eine gute Position und die hätte die Stoffe nicht ausgemacht ah ja ich habe das Wort den ausgemacht also jetzt nicht dass er es getan gemacht hat er dann aber wirst du hüpfen das war jetzt kannst du glaube ich wieder zurück in die außerhalb der karte war schön mit dir lasse wir sehen uns nie wieder wie wie alle schon hier so stück aus der seite rausgefressen ist nur das Schaflitzgewehr Munition und ich glaube da hat man welche Hunger das ist nicht bock ich meine wir haben auch seit tagen nichts gegessen stimmt auch aber ich weiß nicht ob der schmeckt das stimmt ja nicht fahrlich atmet der ja noch auch wenn ich nicht geachtet an ihr sind somaten jetzt drin mhm und die füge warum was denn warum macht man das genau um genau wahrscheinlich um dich das ist viel lästiger da ist doch eh nichts drin war hauptsächlich für Munition so aber in diesem Sinne kann ich mich bei allem beteiligen wieder viel zu sehen ich hoffe er hat genauso viel Spaß wie mir ich helfe tot ja noch nicht ganz schade ich habe ein Medikid gefunden ich meine natürlich dauerlich ja ja in dem Sinne tschuuuus